joo leute was geht Eiderstädter 4C zu einem neuen angezockt oder neuen Test sozusagen wir spielen Eiderstgilling ich dachte wir gucken da einfach mal so ein bisschen rein und schauen uns das Spiel mal so ein bisschen an ich lese hier auch mal vor worum es geht es ist immer so ihr könnt mir gerne Vorschläge machen für Handyspiele oder für andere Games die ich mal anzocken soll was wichtig ist halt einfach nur dass sie im Querformat sind weil Spiele die hochkant sind sehen halt nicht so schön aus da müsst ihr mal einen Hintergrund einfügen man kann es nicht so schön sehen also Leute könnt mir immer wieder gerne Spiele vorschlagen Hauptsache sind so im Querformat und ja wir fangen mal an also hier ist unser Skiller der gibt uns irgendwelche Punkte this is your Cache ok da unten haben wir unseren Cache hier haben wir ach hier können wir upgraden ok hier upgraden wir let's take a look at the Bencher Speed achso dann können wir auch Geschwindigkeit upgraden ist das dann let's put your skills to use this button what fight ach und wir können kämpfen also das heißt wir müssen skillen kämpfen und dann ja hier mit Cooldown na was passt das da können wir uns zielen da können wir wieder switchen äh hier die Kralle benutzen wenn das immer so ein Terror oder was to fight let's try killing enough to unlock the next one ok also wir töten hier ein paar wir kriegen hier Schaden Heal ist eh noch nicht ab machen wir weiter hier mit der Klaue zack Heal kommt hier nach wieder ab nächste Klaue zack Heal weiß gar nicht äh kann ich den auch so angreifen uh ich hab so auch Damage oder was oder wie ist das ne so mach ich keinen Schaden ne oder ach ne ich Idle wahrscheinlich mit Damage was ist das hier ah hier ist das nächste Monster und hier oben sind dann die nächsten Level ok hier kann ich dann immer durchswitchen ok hier heilen wir wieder jetzt geh ich wieder auf Train und wir trainieren hier sozusagen unsere Figur wie es aussieht äh bis wir halt stark genug sind was bennt hier Skill Points ja ok wir kriegen Skill Points zack skillen wir dann können wir hier das nächste Skill dann können wir aussuchen wo wir weitergehen und so weiter sehr interessant das heißt also was wir können zwischen Training so und in the top right ach so hier ja jetzt können wir auch hier trainieren ok dann können wir gucken hier Value Assassin Value ok leaven wir auf Geschwindigkeit leaven wir auf und wenn ich jetzt wieder äh kämpfen gehe wir probieren es einfach mal aus ich kann ruhig hier heilen hier kann ich die Klaue nutzen dann sollte ich jetzt auch viel mehr Schaden machen als vorher warte wir klauen nochmal hin ok das dauert echt lange wir müssen mal hier gucken äh wenn ich hier drauf klicke kann ich doch an hier muss ich doch irgendwo hinklicken also eigentlich mit dem Finger hintippen aber das habe ich ja nicht ok das hier sieht aus wie Echtgeldwährung das wollen wir nicht wir wollen halt hier unsere äh Stärke upgraden muss mal gucken eile ich wirklich das Geld oder wie ist das oh muss ich oh jetzt habe ich ja irgendwas bei mir umgeworfen wartet mal Leute ich habe umgeworfen äh nichts wichtiges ok nur für meine äh eine Box ok hier kriege ich irgendwie gerade kein Geld raus ne oder wie ist das beim Training ich dachte ich kann mich hier trainieren ach ne ah ich kann hier aber klicken ich weiß nur nicht um was für eine Frequenz dann levelt ja hier meine Stärke ne ah da unten das Wasser ist das ne das hat die H20 aber auch nicht pro Klick oder ah ne das eilt auch von alleine ich komme da nicht ganz hinter äh wir healen hier einfach wieder hier das hier kann ich auch nicht richtig drücken dann mache ich auch keinen Schaden ich muss immer hier nur die Chlor nutzen äh bis ich dann das nächste freischalte Perks hier können wir wieder das nächste machen wie es aussieht kann't afford ok wir haben nur einen Skillpunkt Anlachse Detektor können wir das upgraden ne wir können aber hier äh was ist das Anlachse Strength Mountain und hier äh Anlachse Endurance Field ok wir machen noch das hier wenn ich jetzt aufs Train gehe dann könnten wir auch hier trainieren ja ok hier Value können wir upgraden upgraden und Speed auch gleich dann geht das noch schneller voran ja hier der Bola 21 alle 7,5 Sekunden oder was Totals Gains per Minute ok 176 Skiller uh was bei Next Skiller ok Level 7 äh brauchen wir dafür ok auf Hilfe wollte ich nicht gehen Games sieht wieder so nach Echtgeld aus äh das heißt also wir brauchen Geld Geld gibt's nur hier für echte Krieger ja wir machen jetzt richtig viel Schaden oder war es jetzt einfach nur noch so reingeladen aber wir sind jetzt echt gar nicht mehr so schwach kann das sein irgendwie seitdem ich jetzt hier so ein bisschen Stärke und so geupgradet habe machen wir jetzt hier ganz gut was ist das hier Damage sehen wir hier ok und sonst äh ja irgendwie hat das Spiel keinen Sound ich hoffe es liegt nicht an mir aber ich höre nichts auf jeden Fall vielleicht hätte ich das äh meinen Nox Player oder so nochmal neu starten müssen aber ich glaube nicht dass es jetzt wirklich äh daran lag wundert mich nämlich auch ein bisschen warum ich äh da nichts habe was das hier anlagst ist ok das hier machen wir gleich mal hier gehen wir hier wieder bei Train rein äh 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 wo ist denn das oder ist das Craft ach das ist Crafting äh wie funktioniert hier Crafting ist jetzt die Frage Force 3 hier Craft ok was ist denn das hier wir craften ja uns äh neue Waffen ja Forces Use ok für die neue Upgrade Use was Arrow in Top Right Switch Rainy achso da brauchen wir eh ein höheres Level für ok und das Copper Ding hier das haben wir gecraftet das würde dann noch später noch weiter gehen sollen wir wieder weiter kämpfen oh wie viel Schaden machen wir denn jetzt hier über Time also wir eilen das Viecher ganz gut um mal gucken wie es mit dem Viecher aussieht oh das ist auch not bad das eilen wir eigentlich auch ganz gut um ähm wir brauchen ja schön viel Gold oh ich bin gestorben ne Death wie funktioniert das Death Ding muss ich den Tod töten oder muss ich hier einfach nur wieder voll heilen was ist wenn ich achso wenn ich wieder voll heilt bin kann ich oh kann ich wieder weiter kämpfen ok das heißt also ich muss irgendwie auch Tankiness kriegen ne Perk 2 gehen wir hier rein äh Anlachse in Juice Field machen wir mal sagen wir mal Train wir gehen da mal hin äh das hier ist doch echt so HP und sowas oder gehen wir wieder auf Fight heilen uns äh hoffentlich ach ja dadurch kriegen wir wahrscheinlich insgesamt mehr Max HP und dadurch mehr Max HP sind wir automatisch Tankier das ergibt glaube ich schon alles Sinn äh ich war gerade nur zu doof es richtig zu raffen also es ist echt gar nicht so ein schlechtes ID Game würde ich jetzt mal sagen hier ich glaube es ist recht angenehm und ja was soll ich sagen äh das ist halt so ein bisschen über Zeit hier so ein bisschen Musik fehlt mir irgendwie noch aber ah was nicht da ist ne keine Ahnung kann man nicht so stark meckern man kann zwar meckern ne aber ist immer so die Sache so wir sitzen mal wieder hier drauf um auch wenn das hier äh viel schneller umkippt aber wir müssen uns mal wieder ein bisschen healen und wir müssen mal gucken bringt der so viel weniger Gold ist jetzt die Frage oh wenn wir jetzt nicht die ganze Zeit müssen würden ey komm äh ich sollte vielleicht auch drauf achten ja 50 Gold ist in Ordnung äh hier sterben wir auf jeden Fall nicht so wirklich und äh machen den ganz gut so dann erhöhe ich einfach mal unsere HP wieder ne wenn ich das jetzt richtig verstanden hab wenn ich jetzt auf Fight gehe habe ich insgesamt mehr Max HP ja ich hatte nur 111 jetzt habe ich schon oh so viel mehr und ich regge jetzt ja auch Leben ne über Zeit besser oder wie muss ich das verstehen oder regge ich jetzt doch kein Leben mehr ich dachte gerade dass ich so ein bisschen Life Rack auch habe dann habe ich das vielleicht falsch verstanden das ist mit dem Heal zusammen das wäre natürlich cool wenn ich so ein bisschen Life Rack hätte und ich hier immer über den Heal Spell gehen müsste ah ok der Heal aber auch über Zeit der Heal Spell das können wir doch vielleicht hier mal wieder in die Richtung langsam gucken können wir mal hier bei Perks gucken das äh Unlang der Fishing Skill äh wie ich den nutze keine Ahnung bei Train Level RP auf jeden Fall äh Your Value hier können wir auch rüberziehen ich weiß noch nicht jetzt wie ich angeln kann äh Fight ich will wieder hier auf Fight gehen das hier ist nämlich das Feld ich weiß nicht wie ich hier angeln gehen kann Karten Karten sieht auch nicht wirklich danach aus ich will hier wieder auf äh was ist wenn ich hier auf Train gehe hier oben äh kommt auch nichts neues dazu wie es aussieht wie gehe ich denn jetzt angeln ach das war Kraft vielleicht ah Welcome to the Fishing Dog Here you can catch fish for crafting Let's click the fisherman to open the info äh you can equip rods which are crafted later und dann können wir hier noch so ein Fisch Ding dran machen haben hier die Wahrscheinlichkeiten die Kraft das hier klick hier ok Manifest need the high fishing level to be coached äh the help screen bla 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 ok ok so können wir hier halt aufleveln und äh uns auch aufleveln und so stärker wir sind desto eher äh fangen wir hier auch Fische die Frage was bringt uns das und so weiter ne kann ich leider noch nicht beantworten aber äh ja werden wir wohl irgendwann noch herausfinden ich weiß halt nicht wie lange wir das Spiel jetzt hier spielen werden ich dachte wir gucken einfach nochmal so ein bisschen rein ich wollte noch so ein kleines 12 Uhr Video haben und deswegen äh ja oder so ein morgens vormittags Video ich weiß nicht genau wann das hier online kommt ähm so jetzt können wir hier auch noch reingehen den Mining Skill 3D machen Mining bla 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 machen wir hier einfach oder hier you can change the type of you can select the miner to see its info so hier den können wir upgraden das hat die Frage hier kommen wir wahrscheinlich dann auch weiter voran äh Hauptsache wir trainieren hier wieder wir können auch hier nochmal Kraft trainieren von mir aus äh das ist ja glaube ich hier sogar mit am billigsten dann wenn wir einfach hier rauf ich weiß ja nicht ob das wirklich Sinn ergibt hier viel rumzuswitchen und alles mehr Kraft brauchen wir ja auch aber ja tankiness ist irgendwie auch nicht richtig vorhanden das ist halt so ein bisschen äh ja keine Ahnung wie ich es beschreiben soll irgendwie komisch ich finde es auf jeden Fall komisch so das mit dem Chlor oder kann ich hier mehrere nutzen in der Zeit ne ne hm wie ist das hier mit dem Chlor man nutzt der einfach selber halt nach und nach welche und hier kann ich auch nicht mehr healen oder aber okay hier hier auf jeden Fall genug äh ich müsste vielleicht einfach nur noch stärker werden hier das ist die Strengths ist geupgradet hier durch okay ist das geupgradet aber wieder zieht ihn das plötzlich alles so viel höher achso das updatet er dann immer weil er ja hier eidelt ne okay dann ziehen wir hier die Value höher ähm abgewählen das mal zweimal hier auch die Geschwindigkeit äh einfach nur ne damit wir da weiter vorankommen und gucken mal hier äh was Double Org Chance Chlor Attack Two Times holen wir uns einfach mal weil wenn wir jetzt auf Fight gehen und äh Chlor nutzen greifen wir viel öfter an damit ne Dawn White doppelt oder so auf jeden Fall machen wir sehr sehr viel Schaden hier äh das ist das Einzige was mir dabei auffällt es reicht auf jeden Fall immer um hier die Gegner aus äh zu eliminieren ne so ja hier wir machen so viel Schaden so wollte ich das doch am liebsten hier und ja wir können dann verschiedene Stats sozusagen hoch eideln und ja was soll ich sagen 1A das Game so hier heben wir uns wieder gegen wir klonen wir den wieder weg so dass wir hier wieder uns äh schöne Upgrades holen können einmal warten wir den noch ab hier wir klonen hier direkt nochmal rein haben 1100 äh Gold hier seht ihr wieder auf Training gehe alles auswählen ihr seht unten wir leveln hier alles auf ich weiß nicht ich sollte hier vielleicht nochmal ein bisschen mehr drauf gehen dass ich das hier bei Stufe 10 hab und hier beim Speed sollte ich vielleicht auch dann mal mich langsam drum kümmern dass wir hier alles noch schneller erreichen wäre glaube ich ganz klug aber wir kriegen hier halt auch so viel äh Gold im Moment das passt eigentlich ganz gut ich glaube das ist ganz schön balanced das Game so angenehm man ist nicht so übertrieben stark man ist aber auch nicht zu schwach ne man kommt hier gut durch äh ja es ist halt nicht so übertrieben so zu übertrieben einfach man muss hier schon so ein bisschen aufpassen weil ich bin ja auch schon einmal zwischendurch gestorben ne deswegen uff so einmal warten wir hier noch einen ab zack klonen wir schon mal gehen schon mal hier wieder zum Training äh klicken alles einmal durch hier kriegen wir das nächste Level ab hier auch hier noch nicht ich weiß halt nicht ist das hier Strengths und das hier auch oder wie verstehe ich so ganz äh ja wo so wirklich hier der Unterschied zwischen den Sachen liegt also zwischen den ersten und dem hier äh zwischen dem hier und dem hier beides so Stärke trainieren hm das hier ist auf jeden Fall sehr sehr billig dann upgraden wir halt das hier noch zack dann kriegen wir schnell Stärke hier können wir Geschwindigkeit zur Zeit nicht upgraden Perks gucken wir mal ob es hier noch irgendwie was gibt Frost Charges Anlachse Meteor Attack was haben wir hier äh Fishing ist faster Anlachse Poison Attack ok wir gehen nochmal auf Fight ach hier kriegen wir dann auch das Gold sozusagen was wir äh kriegen sollen so hier nehmen wir mal äh überall so ein paar Prozente noch entgegen Speed wie gesagt fehlt mir halt überall wenn wir hier die Geschwindigkeit überall von hochziehen ähm sollten wir auch besser vorankommen dann auf jeden Fall und ja wie gesagt ne hier wenn wir alles hochleveln die einzelnen Stats werden wir halt immer stärker und stärker was ist hier Effects Auto Anlag Autocast Later in Rates ok also ja achso das sind hier die Fähigkeiten dass die automatisch verwertet werden ok so dann gehen wir hier auf Train äh klicken nochmal alles an auch wenn wir jetzt hier nichts aufgelevelt kriegen aber ja wir brauchen glaube ich einfach nur Stärke und da hier äh Geschwindigkeit damit er schneller levelt lass mal gucken hier äh wie teuer hier alles ist das hier ist halt noch mit am billigsten ne das heißt also wir können das hier auch erstmal dann hochziehen klicken nochmal alles durch so so ein bisschen achso wir kriegen ja hier auch eh immer Gold ne aber wir können halt hier zwischendurch mal so ein bisschen äh Damage mehr machen dann leveln wir das hier mal auf 10 das hier dann auch als nächstes wir haben ein neues Perk bekommen klar wir nehmen hier naja der Poison Attack ist Meteor Glower ist höher geworden als das hier Unluck the Vision Buff und nach dem Vision Buff kommt hier was Minimum Damage ist 20% auf Max Unluck the Smite Attack und hier geht es dann auch nochmal richtig ab das heißt also wir gehen hier einfach erstmal weiter dann halt wir gehen hier wieder ins Training wir gehen hier erstmal wieder auf Fight Stauben uns hier so ein bisschen unser Idle Gold sozusagen ab hier trainieren wir den hier wieder hier rauf einfach nur das wollen wir ja bei dem schnellstmöglich noch weiter hochziehen hier klicken wir alles einmal an da ist hier bald das nächste Level ab aber ja im Moment will ich halt das hier fertig kriegen Fight hier trainieren wir den wieder um sagen hier Speed auf 9 einmal müssen wir dann da noch zack na komm haben wir dich ah es wird auf jeden Fall jetzt noch nicht reichen oder wie viel Gold brauche ich so passt oder Speed ah 430 come on zack so machen wir auch auf 10 kriegen dafür leider keinen Perk aber ja beschweren wir uns mal nicht äh das hier ist aufgelevelt jetzt haben wir unser viertes Perk hier holen uns hier den Vision Buff weiß nicht ob der wirklich so wichtig ist aber hier kriege ich halt äh glaube ich ganz angenehme Sachen Fight Chlor hier in Vision weiß ich nicht ob das äh was wirklich bringt ob ich dadurch irgendwie da hier extra Damage kriege oder mehr hitten kann alter und na ich mache auf jeden Fall gerade sehr sehr guten Schaden und ich hoffe an diesen Fähigkeit kann ich das weiter fortführen aber es sieht ganz gut aus mit meinem Chlor Attack ne so zack und gleich nochmal 771 dann gehen wir auf 912 das ist natürlich recht angenehm hier äh natürlich trainieren wir unsere Einheit trotzdem weiter hier das hier ist fast wieder durch hier möchte ich natürlich auch alles auf Level 10 leveln äh ja haben wir jetzt sogar geupgradet bekommen ist hier gerade für den Kampf glaube ich ganz gut hier heben wir immer schon gegen hier den Vision Buff ich weiß halt immer noch nicht was er 100%ig bringt aber warum sollten wir ihn nicht nutzen wenn wir ihn haben ne so dann gehen wir hier nochmal aufs Training leveln hier auf jeden Fall das komplett hoch und als nächstes hier die Geschwindigkeit noch und ja wenn ihr halt sowas wie von diesem Game hier mehr sehen wollt schreibt es einfach in die Kommentare wenn ihr bei solchen Spielen wo plötzlich kein Ton oder sowas ist vielleicht noch Hintergrundmusik haben wollt könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben ich werde es hier wahrscheinlich sogar machen dass ich hier noch obwohl ne werde ich wahrscheinlich nicht machen weil ich keine Zeit dafür habe normalerweise würde ich es machen dass ich vielleicht noch so ein bisschen Hintergrundmusik oder so reinpacken würde aber das ist leider hier nicht die Zeit für wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt schreibt es mir gerne in die Kommentare dann würde ich hier gerne nochmal reinschauen und dann spielen wir hier nochmal ne Runde und ja ansonsten würde ich erstmal sagen vielen Dank fürs Zuschauen gebt mir ein paar Vorschläge in den Kommentaren lasst wenn ihr wollt einen Daumen nach oben da oder einen Daumen nach unten wenn euch das Video nicht gefallen hat ein Abo wäre natürlich auch immer schön wir sind im Moment ne sehr sehr wachsende Community und ja Leute vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal haut da rein und tschö tschö